Und die Mutter und die Tanten, die die Schlaflieder gespielt haben, die haben Ihnen natürlich ein schlechtes Vermächtnis hinterlassen, denn sie haben es mit den eigenen Kindern ausprobiert und das funktionierte gar nicht. Ne, ich hatte mir immer vorgestellt, wenn ich mal Kinder habe, dann setze ich mich auch so ans Bett und dann fange ich an so Spima dienjes moi prekrasne zu singen oder so oder der Mond ist aufgegangen oder Schiffchen versucht im Hafenruh und da hatte mich auch schon hingesetzt immer so und sang dann und meine Kinder schüttelten beide immer den Kopf. Ich durfte wirklich nicht singen, das klingt absurd, aber beide mochten das überhaupt nicht und ich hatte eine Cousine, die von meiner Halbschwester meiner Mutter zu uns kam, ich kannte die vorher nicht, die hat mir dann geholfen, als damals meine erste Frau starb und die durfte singen, die kam mit der Gitarre und die fand sie klasse, die durfte singen und ich hörte die mal oben im Zimmer singen für meine Kinder und ich war total, ich war jetzt nicht genervt, ich fand das so lustig, aber ich durfte es nicht, aber die durfte es, ja.